Hallo, hier ist Uta vom Kanal Lernförderung mit einem Video über Storytelling, die sechs Methoden der Autorinnen. So kannst du Geschichten von Anfang an strukturieren. Und in diesem Video geht es jetzt um die Methode Nummer vier, die heißt Tragedy. Wie immer bekommst du natürlich auch ein Beispiel zu dieser Methode. Deine Geschichte, die du schreiben willst, soll traurig und emotional sein. Das Ende soll berührend sein und vielleicht zum Nachdenken anregen. Dann eignet sich diese Methode. Für diese Struktur gibt es drei verschiedene Methoden. Ich zeige dir hier eine ganz klassische Storytelling-Methode mit traurigem Ende. Davon gibt es drei und die erste davon, die erfährst du in diesem Video. Ein kurzer Überblick nochmal zu deiner Orientierung. Es gibt drei Methoden von Geschichten, Erzählstrukturen mit einem guten Ende, nämlich Wreck-to-Ridge, Man-in-a-Hole und Cinderella-Story. Und ebenso gibt es drei Erzählmethoden, die mit einem schlechten Ende Ende enden, nämlich Tragedy, Icarus und Oedipus. Hier endeten die Geschichte auf jeden Fall immer tragisch oder traurig. Die gesamte Playlist kannst du dir natürlich auf unserem Kanal anschauen. Schauen wir uns jetzt die vierte Methode an. Die vierte Methode ist die Methode Tragedy. Auf einer Tragedy-Methode ist, es fängt gut an und wird einfach immer schlechter. Ganz einfach eigentlich. Du hast zum Beispiel ein Paar, das sich verliebt und sehr glücklich miteinander ist. Und dann passiert etwas. Es geht abwärts. Die Situation verschlechtert sich. Und zwar Schritt für Schritt. Alle beide sind aber gute Menschen, denen man nur das Beste wünscht. Aber das nützt ihnen nichts. Es geht ihnen immer schlechter und schlechter und am Ende ist meistens einer tot. Sehr tragisch. In dieser Geschichte geht es eben einfach immer nur abwärts. Es geht darum, dass die wichtigsten Personen der Story scheitern, obwohl sie ihr Bestes geben. Es sind gute Menschen. Trotzdem gelingt es ihnen nicht, die Situation zu wenden. Dabei geht es oft um Liebe, aber auch um Schuld, Trauer, Verlust oder auch Vergebung. Beispiel einer Tragedy-Geschichte. Der verlorene Sohn. Eine Familie findet nach langer Suche ihren Sohn, der bei der Geburt im Krankenhaus vertauscht wurde. Als sie ihn nach Hause holen, sind sie überglücklich. Die Familie ist komplett. Sie planen eine goldene Zukunft für das Kind und für sich. Und dann wird der Vater sehr krank. Es geht abwärts mit der Geschichte. Die Mutter, ein guter Mensch, kümmert sich rührend und aufopfernd um ihren Mann. Dabei hat sie nicht mehr genug Energie für den Sohn. Der fühlt sich vernachlässigt und beginnt damit, Drogen zu nehmen. Der Mann wird immer kränker und der Sohn rutscht in die Drogenkriminalität ab. Am Ende sterben Mann und Sohn und die Mutter bleibt verzweifelt alleine zurück. Prinzip Anfang gut, Ende ganz schön schlecht. Fällt dir eine moderne Tragedy-Geschichte ein? Von irgendeinem Buch, das du gelesen hast? Vielleicht hast du schon solche Geschichten gelesen? Dann schreib doch einen der Titel in die Kommentare. Und du willst noch mehr Möglichkeiten kennenlernen, Geschichten zu schreiben? Schau dir auf jeden Fall die gesamte Serie in der Playlist Storytelling an und entdecke dort weitere Videos von mir, von Uta, von Lernförderung. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß beim Schreiben deiner Geschichte.